Musik Guten Abend liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Bei GOP werden Sie in nächster Zeit vermehrt einem neuen Begriff begegnen. Naturaplan. Was man darunter versteht und was Sie als Konsumentinnen davon erwarten dürfen, das erfahren Sie heute bei uns im Studio. Produkte, die mit dem Naturaplan-Symbol bedruckt sind, werden nach deutlich strengeren Richtlinien produziert als vom Gesetz verlangt. Das heisst zum Beispiel bei der Rüebli, dass der Einsatz von Dünger- und Pflanzenschutzmitteln stark eingeschränkt wird. Bei der neuen Bio-Joghurt, dass die Milch vom Bauernhof stammt, die nach der Richtlinie der VSBLO geführt werden, also im Verband Schweizerischer Biologischer Landbauorganisationen. Und bei den Eiern heisst das, dass die Hühner wesentlich mehr freien Auslauf haben. Selbstverständlich wird durch strengen, unabhängigen Kontrollen sichergestellt, dass man sich überall an die vorgesehenen Richtlinien auch tatsächlich hält. Grosse Bedeutung bekommt Naturaplan in Zukunft aber auch beim Fleisch von GOP. Nur Schweizer Fleisch, das den höchsten Ansprüchen an Qualität und an Tierhaltung gerecht wird, darf als Natura-Beef in unseren Läden verkauft werden. Natura-Beef ist Schweizer Qualitätsfleisch aus kontrollierter, artgerechter Tierhaltung. Die Kälber wachsen natürlich auf und bleiben bis zum Alter von 8 bis 10 Monaten bei ihren Müttern oder bei Ammenkühen. Mit denen gehen sie dann auch vom Frühling bis zum Herbst auf die Weide. Natürlich ist auch die Ernährung, Muttermilch, später dann auch Gras und Heu. Antibiotika und wachstumsfördernde Zusätze sind verboten. Diese Tierhaltung ist auch bei uns noch außergewöhnlich. Sie steht im Einklang mit der Natur. Die Aufzucht wird streng kontrolliert. Dafür garantiert die Schweizerische Vereinigung der Ammen- und Mutterkuhhalter. Mit regelmässigen Kontrollbesüch sorgen wir dafür, dass unsere Vorschriften genau eingehalten werden und dass die Qualität immer gleich hoch bleibt. Zudem stellen wir für jedes Kalb ein Zertifikat aus, das bestätigt, wie es aufzogen worden ist. Natürliche Aufzucht, streng kontrolliert, bestimmt schön für Kühe. Aber auch Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bringt Natura-Beef nur Vorteile. Dazu das Urteil vom Fachmann. Die natürliche Aufzucht und Ernährung wirken sich natürlich auch auf Fleisch aus. Das Natura-Beef ist aromatisch, zart und saftig. Eigenschaften, die sich auszahlen und der Verwendung in der Küche keine Grenzen setzt. Ja, das stimmt. Das Natura-Beef finde ich eindeutig besser. Das hat mehr Geschmack und schrumpft weniger. Mein Mann hat es auch lieber. Wir kaufen nur noch das Natura-Beef. Ich bevorzuge es vor allem wegen dem Tierschutz. Und die paar Rappen mehr, die nehme ich gerne in Kauf. Wie ich am Anfang gesagt habe, ist Natura-Beef jetzt neu bei Goper hältlich. Allerdings noch nicht in der ganzen Schweiz, sondern erst in einzelnen Regionen. Das hat nur einen Grund. Die entsprechenden Mengen fehlen. Natura-Beef bedeutet für Bauern eine Umstellung. Es braucht Investitionen und das geht nicht von einem Tag auf den anderen. Natura-Beef erfüllt wie kein anderes Fleisch in der Schweiz die höchsten Ansprüche an Qualität aus artgerechter Tierhaltung. Zur Zeit ist es erhältlich in den Gop-Metzgereien der Regionen Bern, Basel, Genf und in der Zentralschweiz. An diesem Zeichen erkennen sie es im Laden und spätestens beim Messen merken sie dann auch die Heiderunterschiede. Mit Le Menü heisst so viel wie ein fix fertiges Menü innerhalb weniger Minuten auf dem Tisch, aber ohne Aufwand. Das ist mein Tranchiermesser für die Bröte. Das ist mein Lachsmesser. Das ist mein Gemüse-Rüstmesser. Das ist mein Messer, um den Schigo auszubeineln. Und das ist mein Messer für Böfstroganov, Chicken Curry, Cocoa, Troutan mit Morrel oder Schnetzels nach Jäger-Art. Mit dem mache ich nämlich die Schale auf von Midi Le Menü. Midi Le Menü ist in vielen gelustigen Varianten erhältlich. Schauen Sie doch bei Ihrem nächsten Einkauf bei Gop wieder einmal, wie vielseitig und abwechslungsreich die Auswahl ist. Und bestimmt werden Sie bei dieser Gelegenheit dann auch die nachfolgenden Aktionsangebote nicht verpassen. Ein Kilo ausländische Spargel kostet bei Gop nur 5,50 Euro. Und das Duopack Gerbergala kommen Sie über für nur 2,80 Euro. Ein Kilo tiefgekühlte Pommes frites von Goldstar gibt es für nur 3,20 Euro. Ausserdem offerieren wir Ihnen den verstellbaren Liegestuhl zum Relaxen für nur 59 Franken. Und in den Gop-Restaurants mit Selbstbedienung kommen Sie diese Woche Rösti-Pic-Champignons mit Ratatouille rüber für nur 7,80 Euro. Am Anfang dieses Gop-Studios war viel von Natura und Naturdre. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen morgen eine schöne Uffert und einen ganzen gefreuten Tag. Auf Wiedersehen!